so ihr lieben ja da bin ich mit meinem handy filme ich jetzt gerade aus dem auto raus ich habe die knöpfe drin ich werde jetzt gleich hier aussteigen und eine runde laufen normal laufe ich ja mal vormittags aber da ging das jetzt nicht und jetzt ist es auch gerade ein bisschen trocken es hat heute den ganzen tag genieselt und wir haben es noch relativ früh ich glaube halb drei nachmittags und ich versuche das mal ich habe nur eine kleinigkeit gegessen damit mir das gleich beim laufen nicht auf den magen schlägt ich bin doch ihr seht es etwas geschminkt ja so ein leichtes augen make up das ist die mascara ich finde die recht gut das sind zwei schichten die panorama oder wie die heißt diese goldene diese neue von l'oreal mal gucken die ist zwar nicht wasserfest ich habe ein leichtes puder drauf augen make up augenbrauen puder und ja mal gucken wie ich gleich aussehe ich kann euch jetzt noch nicht sagen wie weit ich laufe ich habe immer musik auf die ohren und ja jetzt laufe ich mal ein bisschen hier am schönen sorpesee und dann schauen wir mal weiter dann werde ich mich gleich melden ich weiß nicht ob ich euch vielleicht auf der fahrt auch gleich einfach mitnehmen auf der rückfahrt ich dachte die hinfahrt ich glaube die hatten wir schon mal zusammen so einen kleinen auto vlog hattet ihr euch mal gewünscht ich probiere das mal und ja beim laufen selber film das ruckelt zu viel und da hört ihr mich nur hecheln obwohl naja auf jeden fall bin ich gespannt ob die mascara hält ich habe unten einen leichten liedstrich und oben aber bisher hält diese l'oreal mascara echt gut muss ich sagen ich habe die jetzt bestimmt schon fünf sechs sieben mal auf den augen gehabt und sie ist in der zeit noch nie abgebröckelt jetzt bin ich mal gespannt jetzt ich bin aber auch noch nie geschminkt also somit mit dieser mascara jetzt hier mit diesem look bin ich noch nie gejoggt also ich denke mal es werden auf jeden fall wenn wenn jetzt meine greten halten also meine knochen und wenn ich mich gut fühle sieben kilometer vielleicht auch zehn mal gucken ich werde es euch gleich verraten ihr seht ja jetzt gleich im anschluss wie ich so aussehen nach so ein paar kilometer joggen bis gleich so da bin ich wieder zurück vom laufen es sind genau sieben kilometer geworden ich bin wirklich eher die morgensläuferin morgens wenn ich habe ja dann meistens nichts im bauch außer ein kaffee oder eine halbe banane und jetzt merkte ich so ein bisschen so ein druck im magen dann kommt es mir ein bisschen sauer hoch aber es ging noch deshalb sieben kilometer und wie sehe ich aus irgendwie sieht das so beschlagen aus ich hoffe es geht jetzt meine linse beschlagen also ich muss sagen ich gucke mal hier in meinen autospiegel hält alles bombe und es ist leicht am nieseln also wir haben leichten niesel regen ja aber ist nichts verschmiert ich habe mir sogar ein paar mal so ein bisschen über die augen über die augenbrauen wie das so ist beim laufen dann juckt sich hier dann hast du da irgendwie was 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 kribbelt ja prost ja also wenn ihr mal hier in der nähe seit roter gold bäckerei kann man sehr also hier am vorbecken laufe ich vom sorpesee das vorbecken das heißt hier der ort amecke da gibt es den heimathafen direkt und immer da wo ich starte und auch logischerweise dann mein lauf endet dann hole ich mir da direkt einen kaffee ja irgendwie sieht das komisch aus als hätte ich da irgendwie ein flick oder irgendwas ist da auf der linse kann aber auch täuschen jetzt vielleicht weil ich so schwitze ja ich würde sagen wir starten mal den motor wir gucken einfach mal ich weiß ja jetzt auch noch gar nicht ob ich es überhaupt hochlade also die ist make up hat gehalten ich bin jetzt aber auch ihr seht nicht so die person die unbedingt viel schwitzt meistens fängt das dann an so ab zehn kilometer aber doch ein bisschen geschwitzt bin ich also ich muss mich freue mich jetzt gleich über eine ich denke mal ich werde duschen und ja ich texte euch jetzt noch ein bisschen zu sonst ist das video ja viel zu kurz das geht ja nicht so ein bisschen konzentrieren weil hier kreuzen auch radwege und fußgänger da muss ich jetzt beim autofahren sowieso ich weiß noch als ich das erste mal glaube ich so ein autoblog habe ich ja erst zweimal glaube ich gemacht bisher in zwölf jahren youtube habe ich auch den kinomodus an meine ich ja auf jeden fall ist das doch ja hier fahren wir gerade am heimathafen dran vorbei groter heimathafen da kriegt man ein bomben frühstück aber auch kleine snacks und so eis kaffee kuchen alles ja was das herz begehrt ich hoffe es geht so von den einstellungen johannes ist jetzt gerade bei schwiegermutti und bei schwiegerpapa und ja also es war wirklich schön es war natürlich jetzt einiges mehr los ne klar nachmittags wie jetzt morgens obwohl ich muss sagen hier hier sieht er jetzt eh nicht es ist es ist ein schöner rundweg also einmal rum ich bin ja jetzt zweimal rumgelaufen ums vorbecken ja sind dreieinhalb kilometer also zweimal rum sieben und ja ich bin letztens das war ja vormals ich hatte jetzt auch so ein bisschen mein nacken immer ein bisschen so ein auge drauf weil letztes mal bin ich ja am samstag war das heute haben wir mittwoch genau am samstag hatte ich ja bin ich ja viermal ums vorbecken 14 kilometer und danach hatte ich ja dann diesen migräne attacke diesen nackenkopf schmerz und da wo ich mich dann auch übergeben habe tatsächlich hatte ich noch nie also das war echt heftig muss ich wirklich sagen hier muss ich aufpassen die haben sind altenheim hingebaut da ist für einen eine kurze passage 30 sollte man sich auch dran halten die haben wir schon ein paar mal gestanden war wahnsinn wie schnell die hier das altenheim hochgezogen haben wahnsinn ja die blitzen hier gerne die blitzen hier gerne jetzt fängt es wieder an also ich hatte auch während des laufens eben immer wieder so einen leichten minimalen diesel ich weiß auch nicht ob sie mich letztens geblitzt haben das war weiter oben da hinten da ist 70 kommst du berg runter und dann ist auf einmal 50 und meistens lässt man dann so leicht auslaufen kennt ihr bestimmt dann lässt du so auslaufen und ja ich weiß nicht irgendwie vielleicht habe ich was direkt vor der kamera linse oder so das kommt von vom allgemeinen vom wetter ist wie so ein grau schleier wenn es nichts ist dann lösche ich das video dann seht ihr das ähnlich ja da haben sie mich geblitzt beziehungsweise ich hatte auch noch zwei autos vor mir kann natürlich auch sein das war dann so ein helles licht aber es war weiter weg also kann auch sein dass die vor mir weil ich hatte ungefähr 57 56 also ein bisschen mehr wie 50 57 58 als ich aufs tacho guckte als ich das lichtlein sah ja aber wie schnell bist du gerade am berg das wissen die nach jetzt komplett ein radfahrer da oben ja und das ist wirklich einer ohne e also kein e-bike das ist einer der sich gerade hier dem dem berg hoch das muss ich ja bewundern wir haben überhaupt keine räder also johannes hatten rad aber der ist noch nicht so fürs radeln so hier fängt sie mich jetzt an hier darf ich 70 fahren aber ich muss jetzt warten ich habe bei radfahrern immer größten respekt weil die auch schon mal so ausschlagen also ich überhole radfahrer wirklich erst nur dann wenn ich wirklich sehen kann weil hier ist jetzt eine raserei strecke und hier darf ich eigentlich auch gar nicht überholen jetzt muss ich mal eben kurz warten jetzt müssen wir schritt tempo fast fahren ja da kommt nämlich was das ist ja ganz doof jetzt eine ecke also hier jetzt der radfahrer das ist aber das ist der sportlich sehe ich also der hat drahtige beine jetzt könnte ich mal gas geben ja jetzt sagt seht ihr ihn dahin strampeln ja ich habe den kinomodus an deshalb ist vielleicht so ein leichter grauschleier wohl irgendwie irgendwie sieht es komisch aus naja auf jeden fall haben wir den jetzt gut überholt ja ich habe jetzt ein t shirt also ich habe hier meine laufjacke hier drunter so ein pinkes t shirt nach der ersten runde habe ich dann auch die jacke ausgezogen also das klappt auch über ich bleibe da nicht stehen ich hasse es während des laufens stehen bleiben zu müssen wenn mir jetzt ein schuh aufgeht was eher selten ist weil ich mir meine doppelschleife mache dann ich mag das nicht ich bin dann irgendwie raus also so aus dem aus dem schönen lauf raus also irgendwann habe ich auch mal einen bekannten getroffen ich habe dann gesagt tut mir leid ich kann jetzt nicht stehen bleiben er wollte blöschchen mit mir halten das war glaube ich eine frau ja naja jetzt muss man abbiegen ja wie das so ist machste nix so ja also das wetter ist sehr trüb nie so regen morgen was aber mehr morgen was haben wir morgen ist donnerstag also wenn ich mich gut fühle laufe ich vielleicht morgen noch mal wenn nicht fahre ich wahrscheinlich in der stadt ich habe mir jetzt bei tredi da habe ich doch die hat mich ja die verkäuferin erkannt und mir dann auch diese habt ihr vielleicht gesehen in dem einem haul video habe ich mir diese schöne hose und das rote oberteil gekauft ich muss sagen also mir gefällt nicht alles wenn ein ein teil zu verspielt ist und zu zerruft und durchlöchert mag ich es nicht aber ich habe mir jetzt ein t shirt bestellt zum meer in pink mit dem hasen drauf und dass sie schrieb mir eben das wäre jetzt in der filiale jetzt überlege ich halt ob ich vielleicht morgen früh eben dahin fahren ich könnte auch am freitag noch mal laufen ich weiß nur nicht irgendwie wird das wetter ungemütlich habe ich gesehen also wieder mehr regen das muss ich auch vermehrt aufstoßen das kommt jetzt also ich bin wirklich eine morgensläuferin vormittagsläuferin das ist so ich habe zwar nicht viel gegessen ich hatte heute morgen eine schnitte ein butterbrot und daneben so eine tassensuppe bist du mal eben auf die schnelle so eine kleine nudelsuppe aber selbst das und einen kaffee hatte ich und ich weiß noch nicht was ich ich habe noch einen halben spitzkohl ich bin immer noch auf dem spitzkohltrip ich glaube ich mache mir leckeren reis ich habe noch so einen schönen jasminreis der muss ja auch nicht lange kochen ich glaube zehn minuten dann ist er fertig ich glaube ich mache mir einen jasminreis spitzkohl pilze habe ich nicht mehr paprika auch nicht tomaten aber das passt nicht so naja mal gucken machen wir mal so eine restepfanne irgendwie kochen einen topf voll reis wir essen jetzt gar nicht so oft reis bin ihr die nudel und kartoffeltante und ich brauche nicht immer kohlenhydrate also ich kann auch gut mal ohne einfach mal einen dicken salat mit krabben drauf oder mit thunfisch muss jetzt nicht unbedingt klar ich habe jetzt eben auch genau nicht nur den kaffee geholt sondern auch das so vital heißt das bei gote das ist so schönes körnermischbrot so vital das habe ich mir frisch gekauft gerade schneiden lassen ich glaube ich habe eine mücke ins knie gestochen seit gestern juckt mir mein knie ich muss gleich mal gucken ich habe auch also ein t-shirt an und knielange hose ja also wir haben elf grad aktuell ja das ist schon warm also wenn man noch überlegt vor ein paar wochen ist man bei fast minusgraden gelaufen ich freue mich auch drauf wenn die tage wieder jetzt richtig schön lang ist es wird ja jetzt schon eher hell obwohl war das am letzten tag am 31 märz glaube ich klauen sie uns eine stunde ne ja ich glaube da klauen sie uns eine stunde so ist da bin auch jetzt gleich bei uns im dörfli jetzt kommt gegenverkehr hach hier sind so enge straßen die landmenschen die landeier werden es kennen das war echt aufpassen jetzt juck ich darum und und fußgänger mit hund ist natürlich jetzt hier auch keine schöne straße aber manchmal geht sich anders ja ihr lieben ich bin mal gespannt wirklich wenn ich nächste woche mittwoch beim osteopathen da geht es geht zum osteopathen genau wegen gerade weil ich immer so oft irgendwie probleme mit dem rücken mit dem oberen rücken mit nacken habe gerade auch jetzt wegen dieser blöden migräne attacke mit erbrechen das möchte ich bitte im besten fall nie wieder bekommen also weiß ich auch nicht jetzt geht es aber jetzt zur sache jetzt regnet es ein bisschen mehr da habe ich aber ein gutes zeitfenster erwischt ansonsten ist jetzt auch nicht so viel passiert haben wir noch termine sonst die woche mein mann ist ja jetzt am freitag jetzt freitag beim osteopathen weil die auch probleme hat im oberkörper schulterbereich und zu dem osteopathen gehe ich dann vorausgesetzt mein mann sagt der ist okay hier steht ein dicker träger was hier los wir bauen sie auch und für so ein kleines dorf ganz schön was ganz schön was los das sage ich euch dass man echt aufpassen irgendwie ich da so einen komischen schleier vor der linse ich weiß auch nicht es wäre ja schade wenn ich jetzt die im oberen bereich ne seht ihr das da ist so naja egal so gegen verkehr aufpassen ja das ist so ein richtiges herbstwetter im moment ne aber mir tut das gut also ich war ja jetzt vier tag ne samstag zuletzt sonntag montag dieser tag vier heute also ich finde schon ich muss zweimal die woche versuche ich wenigstens zu laufen aber eigentlich so bis mir bekommt auch dreimal es kommt ja auch darauf an klar wie weit man läuft und ich denke mal wenn ich jetzt erstmal schaffen würde die finger vom zucker zu lassen und sowas ne und weniger kohlenhydrate weniger zucker gerade abends ist das im moment wieder so schwer dann was macht sie denn jetzt hier ach ich soll fahren ja gut dann wäre ich wahrscheinlich fünf kilo leichter und dann läuft man natürlich auch leichter und angenehmer ist das alles ich habe mir jetzt auch neue laufschuhe bestellt ich laufe ja den brooks die brooks reihe die ghost reihe von der marke brooks b-r-o-o-o-k-s geschrieben und da gibt es jetzt die ghost also da gibt die ghost reihe die ich laufe und ich da gibt es jetzt habe ich gesehen ein ghost max also die ghost reihe mit noch mehr dämpfung einer höheren sohle glaube ich auch so ein bisschen können quatschen warum ist das so komisch wir haben auch schieflage sehe ich gerade um mein schwiegervater kommt jetzt seht ihr ein blaues auto ist mein schwiegervater aber irgendwie sieht das komisch aus auf jeden fall da bin ich gespannt drauf den habe ich bei amazon bestellt ich hatte noch einen dicken gutschein also 50 euro gutschein und da war der schuh auch regulär also der schuh an sich war zehn euro reduziert normal kosten die glaube ich 160 euro aber gute laufschuhe sind mir wichtig es ist zwar jetzt so ein bisschen so gucken was man kriegt weil die den ghost max hatte ich noch nie aber die größe müsste passen ich habe normal schuhgröße 38 und der laufschuh hat 40 1 halb ich habe jetzt auch wieder ein brux also ich bleibe auch bei ich hatte einmal bin ich fremd gegangen da hatte ich alter alter glaube ich auch ein super laufschuh aber der hatte eine andere dämpfung die ist das war mit too much wirklich also es gibt wirklich glaube ich auch so man muss es einfach ausprobieren so ihr lieben jetzt entlasse ich euch sondern ich muss jetzt ich merke dass jetzt kühlig aus jetzt muss ich mich duschen und ja aber das make up hat gehalten ich nehme euch mal raus sorry irgendwie als hätte ich hier so ein streifen naja ihr lieben ich entlasse euch ich weiß jetzt nicht ob ihr das wenn ich meine das ist okay dann seht ihr das video aber ihr könnt noch mal gucken dass make up geht ne ja sitzt ist nicht verschmiert werde ich jetzt gleich abschminken ich hoffe euch hat dieses kleine auto vlog video gefallen könnt ihr mir mal schreiben und irgendwann nehme ich euch auch mal mit wenn ich weiter laufe so und wenn die außentemperaturen noch extremer sind da machen wir mal so ein long run was heißt long run long run ist für mich zehn kilometer 14 kilometer ich würde ja gerne einmal in meinem leben halb marathon laufen am marathon ist mir glaube ich too much weiß nicht ob meine knochen das mitmachen aber so einen halben so den würde ich gerne mal probieren ja alles klar ihr lieben ich grüße euch und ich wünsche euch ein wunder eine wundervolle zeit und bedanke mich und ja freue mich wenn ihr auch im nächsten video wieder einschalten würdet und bis dahin bleibt mir gesund und bis hoffentlich ganz bald eure nadine